Ja, ein neuer Auftrag. Um wen geht es? Oh, nein. Harte Nuss. Ich wollte eigentlich was leichtes für Kurti. Ich denke nämlich, er ist noch nicht so weit. Au, mit ins Auge, das brennt. Nein, er ist noch nicht so weit. Und wohin ginge es? Dein Ernst? Also Zufälle gibt's. Die schreibt nur das Leben. Mein Tollpatsch wird aber dort noch gesucht. Wird er nicht? Was hast du gesagt? Ob du so lieb wärst und mir den Rücken einölst. Aber natürlich, ich schmiere für mein Leben gerne. Zu lange für Politiker gearbeitet, was? Den Rücken, ich komme. Hey, Dorita. Habe ich dich endlich gefunden. Das ist euer Ende. Vladimir! Bereite alles vor. Wir kommen. Los, Kurt. Wir machen Urlaub. Urlaub? Dein erster Auftrag. Mein erster Auftrag. Wir haben eine Mission. Ja. Und du wirst nie glauben, wohin die Reise geht. Bangkok? Haiti? Nein. Costa Rica? Nö. Südafrika? No. Antarktis? Nein. Peking? Bangladesh soll sehr schön sein um diese Jahreszeit. Du wirst Augen machen. Du wirst hoffe ich immer